Hey Leute, ich bin Stefan. Ja, was soll ich sagen? Wir sind beim Türchen 21 angekommen. Leute, in drei Tagen ist Weihnachten. Es ist gigantisch, wie schnell die Zeit vergeht. Selbstverständlich haben wir auch für euch heute einen richtig schönen Gewinn dabei. Heute könnt ihr nämlich das Tarnnetz Prolight von Carmo Systems von uns gewinnen. Das hat ein richtig schönes 3D-Tarn. Ganz wichtig, dieses Tarnnetz kommt zu euch in den Maßen. 240 x 300. Ja, wofür brauchen wir ein Tarnnetz? Zum Airsoft spielen, für draußen einfach zum Abtarnen. Ganz wichtig, das Tarnnetz ist schimmelresistent. Aber auch, wie gesagt, nicht mal für draußen, auch zu Hause als Sichtschutz, Sonnenschutz. Multifunktionell, wie ich immer gerne sage. Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch da draußen allen viel Glück für die Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao.